Aufhören geht los, ne? Also während Dennis sich noch einen Stuhl aufsucht hier für die Zukunft Moin, wir sind die Jungs von Steel2Gaming Hi Hi Wir werden den nächsten unseren eigenen Twitch-Kanal aufmachen und uns um das Thema Videospiele Gaming halt Gott, Authentizität ist Hab ich es richtig ausgesprochen, weiß ich nicht Wie gesagt, er sucht sich hier noch einen Stuhl aus, den er sieht, damit er es hier ein bisschen bequem hat Der noch schönen roten aktuell Ja, aktuell, der ist noch von, keine Ahnung, Ikea oder so Das hier ist unser erster Trailer halt für, naja, TikTok Dass wir in Zukunft kommen werden auf Twitch und auf YouTube und die Videospielwelt ein bisschen auch bei Larmora halten wollen Es gibt genug Streamer und YouTuber, wissen wir ganz genau Wir wollen nur bei den großen Fischen auch nicht mitmischen Wir wollen nur unser eigenes Ding mal machen, mal gucken, was draus hört Wir sind da mal gespannt Wie ihr schon seht im Hintergrund, wir sind Playstation und Nintendo hauptsächlich Pokémon, wenn es geht, da sind wir immer dabei Mario Kart, ganz wichtiges Thema für uns Mario Kart, wir lieben Mario Kart Ja, wir lieben Mario Kart Auf jeden Fall Und das ist jetzt einfach nur hier so Wir wissen gar nicht, was jetzt noch alles in den Trailer reinkommen wird Aber das hier ist so ein kleines Anfangsvideo 3, 2, 1, du schnippst Und dann können wir ja so versuchen Ich bin auf dem Vorschläge Wenn du was besser zu vermitteln Nein, alles gut So, komm 3, 2, 1 Hey Wolltest du nicht sagen, wir sind die und ich sag's die to gaming? Okay, nee, nochmal Scheiße, Alter, wenn Okay, nochmal Also du sagst nur hey Okay Also pass auf Du schnippst, du schnippst Du schnippst Und da sagst du einfach nur hey Und ich sag, wir sind die Jungs Und dann synchron von Also nee, warte mal Wir sind die Jungs von Und dann synchron, ne Weißt du? Wenn wir das hinkriegen Wenn wir das hinkriegen 3, 2, 1 Hey Wir sind die Jungs von Steel to Gaming Nochmal von vorne Ich fang dann mal von direkt mit an Ja, ich hab auch gerade Hoffentlich kriegen wir das gleich gefunden Das Ding Okay Warte mal kurz Machen wir mal die Hände für kurz Damit wir gleich was beim Bioprogramm haben Okay 3, 2, 1 Hey Wir sind die Jungs von Steel to Gaming Das war jetzt aber sehr synchron Ja Jetzt frag ich mich gerade nur Warte mal kurz Warte mal kurz Jetzt frag ich mich ganz kurz Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Wir zeig euch mal kurz Was wir hier machen Wir zeigen euch mal kurz Wie wir das machen Ich fand das eben ganz gut Ey, das wird aufgenommen Ist immer noch aufgenommen Scheiße Ja, es ist ja nicht schlimm Wie gesagt, Outtakes Authentizität Zeig ich mal Also wir sagen Schnipper Hey Wir sind Also pass auch nochmal vorne Du sagst Hey Und ich sagst Und ich sagst Hey Und Oh Gott Meine Fresse Kann das wahr sein Du sagst Du machst einen Schnipper Hey Wir sind Und ich Alter Das krieg ich Kann man nicht fassen Wir sind die Jungs von Steal2Gaming Genau Ich fand das in meiner Pause auch gut Was welche Pause ist Wir sind die Jungs von Und dann gab es eine ganz kurze Stimme Und dann rede ich synchron Steal2Gaming Ja, schaffen wir Und dann wollten wir eigentlich sagen Ja Das ist ja unser Ding Du schnippst Ich sag Du machst Schnipper Hey Und ich sag so Wir sind die Jungs von Steal2Gaming Sagen wir dann synchron Wir würden euch gerne mal zeigen Was wir so machen Ja Also ich finde So richtig so Du machst einen Schnipper Hey Mach mal kurz Mach einfach Hey Wir sind die Jungs von Steal2Gaming Und wir geben euch Dann ganz kurz einen Einblick Darüber was wir machen Ja Also Wie lange haben wir schon auf Bei einer Minute irgendwas Vier Minuten Vier Minuten Gut, dann finden wir es gleich nochmal kurz Oder willst du ganz wo vorne Ja Wir versuchen jetzt die Outtack 2 Outtack 2 Keine Ahnung Nächste Aufnahme Okay, los geht's Alles klar Okay Hey Moin Wir sind die Jungs von Steal2Gaming Und wir zeigen euch einen ganz kurzen Einblick Darüber was wir machen Die Outtacks Was machen wir jetzt an der Letzte So Hey Und das war und hier Nee Hey Hatten wir ja schon Tschüss und Korski Das war und hier Tschüss und Korski Ja, keine Ahnung Ich sag euch was Die Scheiße ist wirklich schwerer Als man denkt Ey Es ist so Wir sitzen hier gefühlt Seit 18 Uhr dran Es ist jetzt 9 Uhr 15 Und das für den kleinen Trailer Oh, wie notwendig der da ist Nein Alles gut Feine Arbeitung wird ja noch gemacht Hm? Feine Arbeitung wird ja noch gemacht Das sind hier wie heute Abend online Und du noch Was machen wir jetzt noch ein? Wenn ich das wüsste Würde ich es dir sagen Ja, ich guckst du jetzt noch nach, 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 nach Schlussworten? Ja? Nein Okay Könnte sein können Ich hab nur den Potenzial in dir gesehen Und jetzt sowas Komm auf die helle Seite der Macht wieder Die helle Seite der Macht Ja, man sagt nicht die helle Seite der Macht Ich weiß Man sagt immer nur die dunkle Seite Die helle Seite wird nie erwähnt Ich bleib auf der dunklen Seite Weil die haben Kekse Kekse? Die haben Kekse Hä? Wieso hat die helle Seite denn mal Kekse? Die dunkle Seite Ja, aber die dunkle Seite Wir haben ja auch Warum? Ich sag mal die Kekse Komm zur dunklen Seite Wir haben Kekse Woher kommt das nochmal? Keine Ahnung Das ist mal irgendwie als Werbegag, glaube ich, im Umlauf gekommen Ja, ich weiß Dunkle Seite hat Kekse, okay Ja Was hat die helle denn? Wenn die dunkle Seite Kekse hat Dann muss die helle Seite auch irgendwas machen Great Great Keine Ahnung Von der Hellseite bin ich nie gesprochen So Krami Ja, keine Ahnung Wir haben Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Mut und all den Schwachsinn Der in dieser Welt Ja, das ist meine Ansicht, muss ich so sagen Liebe, Mut, Ehrlichkeit ist schwach Das ist blödsinn Das ist blödsinn Wir wissen alle ganz genau, das ist blödsinn Die guten Menschen werden nie belohnt Ich werde immer nur leider die schlechten Menschen belohnt Na, manchmal werden auch die guten belohnt Also, werde ich gegen die